Haltet alle mal das Maul! Das ist der doppelte Wahnsinn! Denn ab 1. März übernimmt ihr jeden Abend Comedy Central Plus 1. Das bedeutet die besten Serien und Cartoon für Comedy-Profis. Comedy Central Plus 1. Ab dem 1. März täglich ab 20.15 Uhr. Immer nach Nick. Du bist Fan von MTV Plus und fragst dich, woher du ab 1. März deine tägliche Dosis MTV bekommst? Keine Panik! MTV gibt's weiterhin auf seinem eigenen Free-TV-Kanal. Und das täglich 24 Stunden. Gehe auf mtv.de und erfahre, wie du einen Sendersuchlauf machen kannst. Ach, dass du verschwindest, du dummes Tier! Naja, nur ist sie weg und ich werd sie nie, nie wiedersehen. Ist schon gut, Minion. Du hast das Richtige getan. Jetzt ist sie wieder frei und wir haben auch gar nicht das Recht dazu, ein wildes Tier von seiner natürlichen Umgebung zu trennen. Hey, Mr. Cramps! Ich hab das Gefühl, Mystery hat sich noch einen kleinen Nachschlag gegönnt. Oh, das Pferd zurück! Mystery! Ich komm's wieder raus! Komm, 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 komm! Na los! Na los! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.